Hallo und herzlich willkommen zum Wetter hier bei wetter.net. Ja, die närrischen Tage beginnen heute und das Wetter scheint auch ziemlich närrisch zu werden, denn die Sturmserie wird uns auch am Wochenende betreffen. Vor allen Dingen am Sonntag kann es lokal Sturmböen geben, aber auch schon heute Abend. Ja, und zeitweise kann es auch mal ziemlich nass werden. Die Details schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Doch zunächst der Blick auf den aktuellen Luftmassenströmungsfilm und wir sehen heute zum Abend hin, da kommt das Sturmtief Wildrut vorbeigezogen und das bringt vor allen Dingen dem Westen Deutschlands einzelne Sturmböen. Danach kann sich dieses Hoch hier wieder ein bisschen mehr durchsetzen. Das bringt uns warme Luftmassen, aber man sieht sehr schön, wir bleiben quasi in den nächsten Tagen zwischen den Stühlen sitzen. Tiefer Luftdruck über Nordeuropa und dieser hohe Luftdruck aus Südeuropa und immer wieder rutscht der eine oder andere Part mal ein bisschen mehr nach Süden oder eben nach Norden und das macht die Wetterprognose in den nächsten vier bis fünf Tagen eher etwas schwierig. Ja, schauen wir uns mal die möglichen Spitzenböen heute an am Donnerstag um 22 Uhr und wir sehen hier vom Nordwesten über Nordrhein-Westfalen bis nach Rheinland-Pfalz und das Saarland teilweise einzelne Böen auch im Flachland 60 bis 70 Kilometer pro Stunde, in den höheren Lagen auch mal 80 Kilometer pro Stunde. Also heute Abend kann es ein bisschen ruppig werden und mit dem Sturm kommt zum Teil auch Regen herangezogen und der kann auch mal bis in mittlere Lagen in Schneeregen oder Schnee übergehen. Ja, spannend wird dann die Wetterlage am Sonntag. Wir haben auf der einen Seite dieses Hoch hier über Südeuropa und auf der anderen Seite die Westwetterlage immer wieder ziehen tiefe Gebiete bei uns vorbei und dieses kleine Tief, man kann es kaum erkennen, das liegt quasi am Sonntagmittag vor unserer Haustür und zieht dann zum Nachmittag einmal quer über Deutschland hinweg und deswegen müssen wir am Sonntagnachmittag auch wieder mit einzelnen Sturmböen rechnen. Vor allen Dingen hier im Südwesten des Landes Richtung Rheinland-Pfalz, Saarland, teilweise südlich Nordrhein-Westfalen so 80 bis 90 Kilometer pro Stunde können da bei einzelnen Böen durchaus dabei sein und auch hier im Nordosten, da kann es einzelne Böen gehen bis zu 60 Kilometer pro Stunde. Dann haben wir so einen Bereich hier Richtung Nordwesten, da bleibt es dann eher etwas ruhiger. Hier zieht quasi das Tiefdruckzentrum durch. Ja und dazu das Wetter am Sonntagmittag, Nachmittag, ja ziemlich durchwachsen. Im ganzen Land viele Wolken und diese gelben Symbole hier, die stehen für Regen. Das heißt den gesamten Sonntagmittag über eigentlich im ganzen Land immer wieder Niederschläge. Also bei den vielen Fastnachtsumzügen am Sonntagnachmittag wird das eher eine ziemlich unangenehme Sache werden und wie gesagt vor allen Dingen hier im Südwesten, da kann es sogar einzelne Sturmböen geben. Dieser Tag wird wohl nicht ganz so schön werden für die Feierlichkeiten im Freien. Ja und was könnte uns nun der Rosenmontag bringen? Die Prognose vom amerikanischen Wettermodell GFS sagte noch gestern für Rosenmontag insgesamt sehr freundlich, aufgelockert, vielfach Sonnenschein, sehr mild, Temperaturen im Südwesten auch mal bis zu 17 Grad. Aber die neueste Prognose stand heute, die sieht nun Regenwolken über Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, teilweise Hessen und dem Saarland bis runter nach Bayern und Baden-Württemberg. Es würde also demnach doch etwas nass werden. Aber das ist nur die Prognose vom amerikanischen Wettermodell. Das europäische Wettermodell sieht weiterhin einen sehr schönen, sonnigen Rosenmontag und vor allen Dingen im Westen auch einen sehr warmen Rosenmontag. Wir sehen also, die Wetterlage ist noch ziemlich offen, was den Rosenmontag angeht. Die Hoffnung auf trockenes und sonniges Wetter sollten wir also noch nicht aufgeben. Ja, das war es vom Wetter hier bei Wetter.net. Und wem es gefallen hat, der lässt bitte einen Daumen nach oben da. Und denkt dran, bitte abonniert auch unseren YouTube-Kanal Wetter.net. Tschüss und bis bald. Tschüss und bis bald.